Sagen Sie Stopp zu Mückenstichen und Juckreiz. Stoppen Sie giftige Produkte. Gönnen Sie sich Pest Reject Citronell Armband, das Moskitos wirksam vertreibt. Das citronelle Armband ist der perfekte Partner, um Mückenstiche zu vermeiden. Einfach zu handhaben, wird es um Ihr Hand oder Fußgelenk gelegt. Sein Geheimnis ist der Zitronengrasbalsam, der das Armband duften lässt. Wenn Sie zelten, verreisen oder wandern gehen, wenn Sie angeln gehen oder grillen, ist es in jeder Situation nützlich und wirksam. Kann als Armband am Handgelenk, am Knöchel oder zum Aufhängen Ihrer Haare verwendet werden. Sie können es auch am Rucksack befestigen. Das Armband ist wasserfest. Das Armband ist mit Zitronengras parfümiert, was Mücken vertreibt. Es ist elegant und leicht. Es ist dehnbar, also für alle Größen anpassbar. Für drinnen und draußen. Auf der Terrasse im Entspannungsmodus, auf dem Fahrrad, beim Wandern, aber auch im Wohnzimmer, am Schreibtisch. Das Armband wird dich den ganzen Tag über begleiten. Deine Nächte werden dank des Past Reject Citronell Armband ruhig sein. Es vertreibt Mücken und ist die Lösung für alle Ihre Probleme. Mit dem Past Reject Citronell Armband können Sie es mitnehmen, wie es Ihnen gefällt. Es ist unverzichtbar, um einen ruhigen Urlaub ohne die Unannehmlichkeiten von Insektenstichen zu verbringen. Das Armband ist mit Zitronengras parfümiert, das Mücken vertreibt. Holen Sie sich schnell das Past Reject Citronell Armband an echtes Bollwerk gegen Mücken. Garantierte Wirksamkeit.